Hallo und willkommen in meinem neuen Roman Geschenkt. Hier könnt ihr in drei Auszügen schon einmal Figuren und Themen aus dem Buch kennenlernen. Und ich lade euch ein, an einem Film mitzuwirken. Der wird dann mit euren Einfällen veröffentlicht. Und zwar dann, wenn das Buch erscheint. Ich freue mich auf eure Ideen. Die Sonne